Oh, ich repariere dich. Oh, das ist gut. Werd repariert, du Sau! Lass dich reparieren! Komm so, du Sau, du willst das doch auch. Äh, ich werd hier aber beschossen, so wird das natürlich nix mit der Reparatur. Gehst du denn eigentlich schneller, wenn ich das auch noch so mach? So, bin fertig. Bin fast tot. Ist das denn irgendwelche Hilfe? Hilfe? Geh halt zum Spawn rum. Machst du auf Refill und schon hast du wieder volle Hilfe. Ich baue jetzt erstmal was. Ammo Cache. Oh, dieser scheiß Plasma-Kanonen-Typ, ey, der haut so dämmer was'n rein. So, das bauen wir da einfach mal hin. Bob, der meiste. Hab das schon wieder nur noch 2.000 Hilfe, was sind das ey? Alles wegen diesem Plasma-Kanonen-Typ da. Na komm. Stell dich auf! Oh! Juggernaut! Hä? Wo ist der denn hin? Wo ist der denn hin? Hä? Wo ist der denn hin? Wo ist der denn hin? Komm schon! Power-up Cache? So. Wie kann man davon überhaupt bauen? Cache ist ganz so unglaublich auch unendlich. Cool. Oh, ich bin ja erstmal ein von allem Bau. Komm, wer ist fertig. So Geht aber irgendwas vorwärts Oh, der scheiß Juggernaut muss weg So, was ist denn kaputt alles? Alles ist kaputt Kein Problem Na komm Wo ist der Juggernaut? Hat er wieder Angst oder was? So, reparieren wir alles schnell mal Dau nicht lang Kommst du nicht mal aus der eigenen Basis hier raus Immer ruhig Baraks Das ist wahrscheinlich das große Gebäude vor dem ich stehe Blödsinn Oh Oh, ist schon voll repariert Guck mal auf da Oh oh Okay, was noch? Warum kann man die nicht von außen einfach reparieren? Wir gehen viel schneller Ah Was denn? Was denn? Puzzle jetzt mal ins Wort Hier Red Kamikaze, ich fiel Ah und der Terroristbomber Klingt so lustig Klingt so lustig Lalalala, ich will alles reparieren Ich 50 EP Warum seh ich deiner Dings eigentlich nicht? Ist voll scheiße, ich weiß gar nicht wieviel du hast 2000 hab ich jetzt Geht's eigentlich schneller wenn du gleichzeitig da draufstehst und beschossen wirst? Ja Ja Ich repariere mich so schneller Süß Ich geh mal ein Stück weg für den Fall, dass da sowas vorbeigeflogen kommt Oh oh, ich muss kurz woanders vorstehen Oh da kommt Plasma Was war das denn schon wieder? Das bin ich nur noch am reparieren, das kann ich wenigstens Ja Ah da ist einer, da ist einer Hinter unserer Basis ist irgendwie was gewesen Ja aber der Reparatur Ding Äh, Help und Ammo Auffüll Dings Bums war was Boah Ja Ach die Mini Raffinerie muss weg Unbedingt Leute, das kriegen die viel zu viel Geld Der Obelisk hat ne Eonen abbekommen Ach der hat noch 85 Ah da ist schon wieder einer Sehr viel Spritzen wir es rein Baby Yeah Steroide Yeah Das ist was geileres Hä? Was geileres ist ein paar Steroide Z 뿌� Ja Das sind Rode, ey Handen wir ja nicht alle so Angst Da hab ich selbst den Teil angegriffen Dann reparier ich mal den Obelisken Na? So, dann wirst du nicht repariert. Ach, Handelsseite. So ein Mist. Geh weg! Geh weg! Komm schon, komm schon. Dann kann man nicht durch Leute durchlaufen. Oh Gott, was geht denn hier jetzt ab? Ah nun, schieß doch! Musst du Feuer drücken? Drück schon! Push the button! Und push diesen Button schon! Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 3-4-11. Jo. Naja, haben wir noch die Zeit. Das Match können wir doch noch... So, was ist jetzt Ammo? Das ist Ammo. So, Nuclearbombe her hier. Ich reverier noch schnell. Krieg nochmal 50 EP. Und alles ist wieder ganz. Zeit zum Refillen. Und ich werd jetzt was sprengen. Ich krieg kein Selfie mehr. Das ist ja voll scheiße. Du musst... Du musst ne Weile warten, bis das wieder kommt. So, wo ist jetzt die scheiß Mini-Raffinerie? Ohoho! Das war knapp mit der Rakese. Wo ist die scheiß Mini-Raffinerie? Oh, da hinten! Nicht zu viel! Die haben's aber gut Platz, die in die Raffinerie. Die kriegt man gar nicht so leicht. Was ist das denn jetzt schon wieder? Oh, hau ab, Mann! Einfach mal dahinter geschaut. Geh doch weg! Scheiße! Soll ich denn die Mini-Raffinerie kriegen? Oh! Hohohoho! Woah! Lass mich in Ruhe! Ich geh jetzt wahrscheinlich gleich drauf, wenn ich da raus geh. Oh, das ist ja eine Kacke hier. Das ist ja überhaupt keine Chance. Grad ziemlich schwierig, würde ich sagen. Oh! Oh, nein! Oh! Oh! Ey! Der hat mich gesehen. Muss der jetzt kommen? Boah! Was ist denn hier für'n Atomschlag? So, ich muss die Mini-Raffinerie jetzt töten. Gar nicht nett. Hier tickt's jetzt hier. Boah, was ist blau und brennt? Ne, ich glaub nicht. Ich zieh mich mal zurück. Ganz weit zurück. Ganz, ganz weit. Da waren wir mit schönen Spots. Yeah! Oh, hat Nuke und Island zusammen explodiert. Das sah sehr geil aus. So, wieder aufmunitioniert. Oh, die haben hier Turretten. Ich sollte stehen. Das ist nicht mehr feierlich hier. Ja, viel hilft dir. Boah, voll in die Fresse geschossen. Erlebt noch. Ich bin ganz schön weit. Vielleicht mach ich jetzt mal die Regeneratoren kaputt. Vielleicht geht das ja weg. Boah. Boah. Das waren nur noch Millimeter. Das waren echt nur noch Millimeter. So. Die Regeneratoren haben jetzt C4 auch dran. Was haben die? Habe ich C4 rangeheftet. Okay. Er schießt aber ich seh nicht so genau was. Was? Lass mein C4 in Ruhe, du. Du blöder Rippe. So. Ah, scheiße. Verreckt. Was schießt denn der da? Aber das C4 hat gewerkt. So. Vorher haben wir nochmal eine Plasma-Kanone. Ah, 40 Sekunden warten. Ist das ein Gammel. Tja. Reparieren sie das natürlich wieder. Naja, meine nächste Angstmacht kommt. Wir fliegen dann dauernd so strahlen an mir vorbei, ne. Ist nicht so lustig, wie sie es anhört. 20 Sekunden noch. Und die warte ich jetzt noch. Ich will jetzt meine... Ich mach die Regeneratoren jetzt kaputt. Das habe ich jetzt beschlossen. Was mache ich jetzt aufs Folgen mit hier? Okay, tut's schon wieder schlecht. Sollen sie halt reparieren. Das ist mir doch egal. Kommt da neue C4 dran. Plasma-Kanone geht alles. Ich trau mich nicht. Ah, doch. Ich trau mich vielleicht gar nicht weiter zu laufen. Ich trau mich. Nur nochmal das Ganze. Aber die müssen erstmal zähne reparieren, dass diese blöden Säcke weg sind. Ich meine Ruhe hab. Das ist die Ionen-Kanone von dem einen Typen, oder? Was das aber so blaue Schlecht tut. Das ist gar nicht lustig. Naja, vom Black-Unaut. Der hält auch recht viel aus, muss ich sagen. Gar nicht lustig. so die mini raffinerie ist alleine stehend sollte man es vielleicht ausnutzen ich muss erst mal hier ein wenig zurückweichen obwohl warte mal ich gehe hier das hat einer mitbekommen dass ich den jurat kaputt gemacht ganz gut überwiegend am ausgang irgendwas bauen notwendig wie ich den jacken auf dem rücken geschossen habe ob schon, wer fertig äh das kann nicht wahr sein na komm warum wer fertig dass du so lange dauern musst was machen wir überhaupt power ups mehr schaden ja mehr rüstung wenn du mit power up cached die dinger meinst na bau dich auf oh bei uns liegt ne ion wo ist ein mastreifer brauche ich jetzt ah im research center ist der ganze scheiß ah im research center ist der ganze scheiß hier wo ist denn der jetzt da im research center liegt das ding search center ist drüben oh nun geht doch weg na endlich na bitte ich das ding gleich mal winken wir sind nämlich recht kaputt das wird ein spannendes video werden du vor allem weil ich sie töte und so ne ja ich werde jetzt ne neue plasma kanone bekommen naaa nein du kriegst keine plasma kanone ne muss noch ne minute warten hier tut das draußen so schlecht ah nooo du hast es hier einen C4 bestückt du piepst irgendwas ja unsere regeneratoren achso gehst du einen regeneratoren das ist wichtiger geh weg die kommen doch wieder wenn wir den neuen vor schritten Ah no! Super ich war so schön ausgerüstet. Na jetzt hast du wieder Zeit am Regenerator zu researchen. Jetzt kannst du wieder. Yeah ich kann was researchen. Lass mich researchen. Wo müssen wir dahin? Okay wo ist es denn? So hab ich schon sehr viel drauf. Ne hab ich noch nicht. Aber jetzt müsste doch meine Plasmakanone wieder da sein hoffentlich. Oh sehr schön. Brauch doch noch wieder meine... Nein das brauch ich nicht. Ich brauch das da. Ich hab ne Plasmakanone. Yeah Armour & Damage Upgrade. Mast 3 von 2. Ach was ist denn das schon wieder hier ey? Irgendwelche böden Schüsse? Einfach mal rein zufällig treffen. Äh wo ist das Problem? Wo ist denn die Repair Gun? So. Okay. So haut mal ab ihr Blauen. Ich möchte eure Mini Raffinerie sprengen. Das willst du doch schon länger oder? Also. Ach das ist doch alles ein Kack hier. Die mir viel zu viel Abwehr. Komm schon wer heile. Heile Baby heile. So mach den zu mit deinem Selfie. So. Wo ist denn jetzt das Brauchring? Ach da. Wie komm ich denn jetzt durch? Scheiße. Geht das gar nicht hier. Blöde Obelisk. Was zur Hölle ist das? Oh nein. Frieden. Toll. Kaum hab ich's repariert wird's wieder in die Luft gesprengt. Ey hab ich aufgebaut meine ich. Mann du Scheiß Orca. Hau ab. Will dich nicht. Mann 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 Mann. Muss ich nochmal einen ausbauen. Ich hab mir Utility Gache gesprengt. Mann dieser Kack Orca. Ja han. Ha. Ah. Sauerei. So schnell mal revivieren hier wieder aufbauen. Ah das ist Kacke mit der Mini-Raffinerie. Wir brauchen auch eine. So ich bau dann auch wenig so Utilities auf. Also Cache-Dinger meine ich. Utilities. Was ist das? Na komm Faktisch kann man Oh schon wieder so ein Kack, oh kack Ah die kann man ja ineinander stellen, ist ja super Ist ja ätzend ey Gut, fangen wir das noch auf und dann gehts los Bilder reparieren Na komm, wir fertig Ja fertig Ja Schön Also am Ausgang links und rechts stehen ja so Zeug, ne? Wenn das mal brauchst